Deutschland, meine Lieblingsmannschaft, hat in Russland nicht das Achtelfinale erreicht. In Russland! Gegen Südkorea 2 zu 0. In Russland! Unter allen Weltmeisterschaften aufgerechnet Russland! 2 zu 0 gegen Südkorea! Das ist die schlimmste Niederlage aller Zeiten! Gegen Brasilien, ja! Die sind Techniker gegen die Franzmänner! Überbezarte, schönen Wetterfußballer, ja! Oder all die anderen, ja, 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 ja! Aber Südkorea in Russland? Ja, sind die denn wahnsinnig geworden? Beim letzten Mal waren wir vier Jahre da und da war durchgehend Winter! Und die kommen nach zwei Wochen zurück! Bitte, gehen Sie sofort den Bundestrainer hierher holen. Und holen Sie mir Philipp Lahm. Mein Führer, Philipp Lahm ist zurzeit am Tegernsee. Was soll das heißen? Der ist super niedlich, der muss zur Verfügung stehen! Lahm hängt da seit Tagen auf einer Couch. Ich will sofort super niedlich, Philipp Lahm!